mal wieder moin moin aus dem hohen norden heute geht es mal kurz mit dem uldi zum kleinen trip ja es nennt sich rosenfest heiligenberg ist ein event im bereich der samtgemeinde bruchhausen-filzen da geht es halt um den namen schon sagt rosen natürlich garten allgemein dekoration ja lasst euch überraschen ist aber auch nicht so als wenn wir nicht selbst genug großen vorgarten schmeiten hat das mal am rande so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020